Hallo, herzlich willkommen zu Episode 28. Heute mit einem absoluten Tiefenwissen-Video. Wir sind ganz deep in der Selbstverteidigung drin und werden so Themen wie Psychologie, Neurophysiologie tacklen, um auf eine ganz klare taktische Empfehlung hinzukommen. Ich kann sie schon wo wegnehmen. Es geht darum, warum Frauen vielleicht nicht in unsicheren Situationen schon mal in der Handtasche das Pfefferspray umgriffen halten sollen. Warum ihr, wenn ihr euch bewaffnet habt mit Kubotan-Einsatzmitteln, bitte nicht das schon irgendwie fest in der Hand haltet, wenn es kurz davor ist loszugehen. Und ein Hinweis für die Spezialisten unter uns, Polizei, Bundeswehr, Rettungsdienst, alle, die nochmal Einsatzmittel in irgendeiner Art haben, Hände weg davon. Bitte nicht taktische Einheiten sich irgendwie in der Weste festhalten, die Koppel umklammert haben oder Rettungsdienst irgendwie schon mal das Körperchen in die Hand nehmen. Es ist eine dumme, dumme Idee und heute erklären wir wissenschaftlich, warum das so ist. Besonders spannend an dem Thema ist, dass ich die Frage bekommen habe von einem Kollegen, der jetzt Spear-Instructor geworden ist. Da habe ich das Thema auch zuerst kennengelernt. Er hat mich gefragt, Tobi, erklär mir doch nochmal den Crossed Extensor Reflex. Spannend ist, ich bin kein aktiver Spear-Coach mehr und darf es jetzt schon Spear-Coaches erklären. Also irgendwie scheint es da eine Unschärfe zu geben. Das zweite Spannende, wir reden hier gar nicht vom Crossed Extensor Reflex. Das ist das falsche Wort, das ist eine leichte Kritik her an Blauer Tactical. Ganz wichtiges Statement dazu, das Wort ist falsch. Das Phänomen heißt eigentlich ganz anders. Die Lehre aber bei Blauer Tactical, die ist on point. Also alles, was zu diesem Thema gesagt wird, ist absolut richtig, wie die Übungen sozusagen da durchschlagen, auch die taktischen Empfehlungen, wie man das nutzen, wie man es verhindern kann, alles Gold wert. Aber die Bezeichnung ist eigentlich nicht Crossed Extensor Reflex, sondern wir reden hier von der Reziproke Hemmung. Ihr habt mich das auch schon mal woanders sagen hören, als Reziproke Antagonistische Hemmung, das ist dasselbe. Eigentlich ist es die Reziproke Hemmung des Antagonisten. Und warum das so wichtig ist, erfahrt ihr hier im Video. Bevor ich jetzt in diese Spezialthemen reingehen kann, wie die Reziproke Hemmung, den Crossed Extensor Reflex, empfiehle ich dir dringend nochmal in das Video zur Schrecksekunde reinzugucken, weil da ganz viel der Voraussetzungen für diesen Reflexbogen oder das Verständnis um diesen Reflexbogen genannt wird. Ganz kurz zusammengefasst, du erschreckst dich innerhalb einer Nahkampfhandlung, in einer Selbstverteidigungssituation, immer dann, wenn ein Stimulus zu früh in deine Wahrnehmung vorgestellt wird. Das ist bei uns jetzt prototypisch als ein Beispiel die Faust, die auf dich drauf fliegt. Wenn dieser Stimulus zu früh in deine Wahrnehmung vorgestellt wird, kommt es zu einer Reflexhandlung. Was ist eine Reflexhandlung? Reflex ist quasi etwas, was innerhalb von einer Art im Sinne eines Reiz- und Wirkungszusammenhanges immer passiert. Also für uns als Menschen gilt das unabhängig davon, wo wir herkommen, wer wir sind, wie wir gelebt haben. Das ist immer so. Und das Ziel von einem Reflex ist, dass du zwischen diesem Reiz und der Wirkung einen Bogen hast, einen sogenannten Reflexbogen, der es dir erleichtert, schnell auf diesen Reiz zu antworten, bevor du das überdenken musst und dann selber auswählen musst, wie du dich verhältst. Beim Reflex passiert das automatisch und du könntest das jetzt so ein bisschen noch klassifizieren. Du könntest sagen, was ist die Funktion davon. Bei uns ist das jetzt, was die Schrecksekunde angeht, ist das Schutz. Deswegen ist es ein Schutzreflex. Je nachdem, über welche Organe der aufgenommen wird und wie er weiter bearbeitet wird, würde man da unterscheiden zwischen dem monosynaptischen und dem polysynaptischen. Bei uns wäre es polysynaptisch, zumindest in der meisten Zahl der Fälle. Also da könntest du dich ausknocken, was die Wissenschaft angeht. Ich werde, was das angeht, jetzt nicht total tief eintauchen, nur auf ein kleines Beispiel, einen kleinen Exkurs eingehen. Und zwar war ich 2010 mal auf einem Seminar Nikolaus-Budel-Lehrgang. In einem anderen Video habe ich darüber erzählt. Da erkläre ich dir immer so, dass für alle Kampfsportler, für alle, die nicht Kampfsport machen, für alle Menschen, wenn du unangeschneuert mit einem Auto fährst und irgendwas zwischen 50 bis 100 Stundenkilometer gegen einen Baum hämmerst, ist die Chance, dass du die Fahrgastzelle durch die Windschutzscheibe verlässt und dabei komischerweise Initialtraumata hast an den Händen und Unterarmen, weil du eben blitzschnell nach oben kommst und dich versuchst vor dem Impact zu schützen. Das ist völlig egal, welche Kampfsportart du machst. In dem Seminar haben ein, zwei Thai-Boxer verstanden, dass ich der Meinung wäre, dass wenn man Speer-System trainiert, kann man Autounfall überleben und als Thai-Boxer nicht. So ist es nicht gemeint. Reflex bedeutet Uniform für alle Individuen einer Art. Heißt für dich, für mich, für den Ninja-Zug-Großmeister, jeder wird sich so verhalten, wie es eben diese Reflexe zulassen, wenn ein Stimulus zufriedenwarnung vorgestellt wird. Ich habe ja gesagt, es geht hier nicht um den Cross-Extensor-Reflex. Die Übersetzung dafür wäre übrigens gekreuzter Streckreflex. Den will ich aber, wo ich schon mal dabei bin auch erklären, ein Beispiel, es gibt sogenannte Dehnungsreflexe. Ein Dehnungsreflex ist quasi ein monosynaptischer, nicht ein Eigenreflex, den ihr alle kennt von so Selbstexperimenten oder wenn ihr mal beim Arzt ihn machen musstet. Da sitzt ihr auf einer Liege und das Bein hängt gerade runter oder ihr habt das über euer anderes Bein drüber geschlagen und ihr haut mit dem Hämmerchen oder mit der Handkante auf die Patellasehne. Ein Muskelspindel sammelt diese Information, leitet die in einem Reflexbogen weiter und das führt dazu, dass der Muskel kontrahiert. In dem Fall, wie gesagt, der Quadrizeps, führt dazu, dass euer Schienenbein nach vorne schnellt. Das ist ein Schutzreflex. Als Beispiel, wenn ihr das verstehen wollt, ihr würdet auf ein Glas treten oder ihr habt einen Stein oder sowas in dem Schuh, trete da drauf, dann denkt ihr nicht, oh, da tut was weh, ich nehme das Gewicht quasi runter von dem gefährlichen Stimulus, sondern das passiert automatisch. Das ist ein Reflex. Ihr habt aber auch gemerkt, dass ihr dabei wahrscheinlich selten hinfallt. Und der Grund dafür, dass ihr nicht hinfallt, das ist dieser Cross-Extensor Reflex oder eben übersetzt der gekreuzte Streckreflex. Der sorgt nämlich dafür, dass auf der, Achtung, kontralateralen Seite, also auf der anderen Seite, auf der linken Seite, wenn ich rechts mit dem Fuß irgendwo drauf gucke, genau das Gegenteil passiert. Ich irgendwie verletze mich am Fuß und setze mich direkt hin, nicht so gut. Stattdessen kontrahiert genau der Gegenmuskel. Das ist der gekreuzte Streckreflex oder auch der Cross-Extensor Reflex. Aber das ist nicht das, was blauer Tactical bezeichnet und es ist auch nicht das, was der Kollege meint. Der erkundigt sich, wie gesagt, nach der Ursache, warum es so eine schlechte Idee ist, irgendwie ein Einsatzmittel in die Hand zu nehmen. Letztlich wird das nämlich dazu führen, dass man den Arm, der dieses Einsatzmittel hält, nicht mehr einsetzen kann zum Zweck der Selbstverteidigung im Sinne des Schutzreflexes. Das heißt, wie gesagt, reziproke Hemmung. Und das ist ein Wort aus der Psychologie. Eigentlich ist damit ein bestimmtes Verhalten oder besser gesagt eine Verhaltensmodifikation gemeint, das so Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Kollegen namens Shinington festgestellt wurde. der hat festgestellt oder der hat angenommen, dass es verschiedene Zustände gibt, die andere Zustände unmöglich machen. Ein gutes Beispiel, um es euch zu erklären, Angst und Sexualität ist nicht so gut vereinbar, normalerweise. Also für die allermeisten ist es so, dass wenn ihr massive Angst habt, ihr Erektionsprobleme habt. Das gilt auch für alle. Das gilt für eine Frau, die in irgendeiner Form ja eine Gleitfähigkeit und Lust ausstrahlen muss, wie für einen Mann, der für eine Erektion sorgen muss. Wenn ihr gerade Angst habt, ist das wahrscheinlich nicht zugänglich. Das ist eine reziproke Hemmung. Ein Zustand lässt den anderen nicht zu. Sherrington hat damit experimentiert. Er wollte diese reziproke Hemmung aufheben und zwar in Bezug auf die Zustände Nahrungsaufnahme und Schmerz. Das sind auch Sachen, die ihr kennt. Wenn ihr richtig krank seid, wenn ihr richtig Schmerzen habt, habt ihr wahrscheinlich keinen Hunger. Das wäre irgendwie unvereinbar. Aber man kann die aneinander bringen, genauso wie man leider auch Angst und Sexualität zusammenbringen kann. Er hat das an der Maus bewiesen oder experimentiert, wenn man so möchte, indem er einer Maus Elektroschocks gegeben hat, bevor sie Nahrung aufgenommen hat. Und er hat diese Ereignisse immer näher aneinander gebracht, bis er der Maus quasi einen Elektroschock geben konnte und sie hat danach direkt gefressen. Also ja, das ist eine Form von perverser, also verdrehter Konditionierung. Das kann natürlich auch bei Menschen passieren, zum Beispiel mit der Angst und der Sexualität. Da gibt es sehr viele Störungsmuster, die das ermöglichen. Das ist es aus der Psychologie. In der Physiologie geht es darum, dass wenn hier ein Muskel innerviert, der andere gehemmt wird, weil vermieden werden soll, dass der noch zur Dehnung beitragt. Dein Körper ist massiv auf Sicherheit bedacht. Denken wir an diesen Patelladenreflex, wo du auf die Kniesähne haust, verkürzt sich der Muskel, damit er nichts abreißt, damit nichts überdehnt wird. Du könntest ihn aber austricksen, diesen Reflex, kannst du es nicht mal bei deinem Arzt versuchen, ohne dass er es merkt, indem du die reziproke Hemmung damit einbaust. Für den Fall nimmst du von dem Bein, das darunter hängt, einfach Druck von der Ferse nach hinten. Heißt du innervierst den Gegenspieler, den Bein Bizeps, Bizeps Femoris. Wenn du den aktiv ansteuerst, wird das Y-Lateral auf derselben Seite die Aktivierung des Quadrizeps hemmen. Kannst du einfach mal ausprobieren. Was bedeutet das für die Selbstverteidigung? Solltest du in dem Moment, wo sich dein Körper eigentlich schützen möchte und deine Hände kommen nach vorne oben, du lehnst dich so unathletisch weg, wie wir das im Video zum Thema Schrecksekunde behandelt haben, etwas in der Hand halten, also dieselbe Seite innerviert haben mit etwas, was nicht auf Streckung baut, sondern was beugt, dein Gegenspieler, weil wir bei diesen Reflexen immer komplexe Muskelgruppen bezeichnen, nie einzelne Muskeln, dann würde das bedeuten, dass dir dieser Muskel nicht zur Verfügung steht oder diese Muskelgruppe, dieses Bewegungsspektrum. Das ist der Grund, warum ihr bitte in der Konfrontation, die noch unsicher ist, nicht irgendwas nehmt und greift, euch irgendwo einhängt, irgendwie den Gürtel umklammert oder die Pistole indext, auch nicht den Kubotan, das Messer, den Feuerlöscher, den Stuhl, was weiß ich. Solange ihr redet, solange ihr noch mit etwas anderem beschäftigt seid, als reines Kämpfen, also entschärfen, herausfinden, Kommunikation, Bewertung, in dem Moment, wo noch Potenzial ist, dass ihr euch erschreckt und diese Schrecksekunde euer Freund sein könnte, verkackt ihr das, wenn ihr irgendwas in die Hand nehmt und damit eine reziproke Hemmung auslöst. Das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Das war ziemlich deep und trotzdem habe ich es noch ein Level über dem Neurophysiologischen gelassen. Also wenn dich das mega interessiert, was das mit Alpha-Neuronen und y-lateraler Verschaltung zu tun hat und was die Muskelspindeln hier chemisch bedingen, dann schreib in die Kommentare Hashtag Insta-Shit und dann werde ich da in der Story in der nächsten Woche eben immer mal was zu machen. Das wird dann natürlich höchstwissenschaftlich, aber vielleicht interessiert das dich speziell. Solltest du das unterrichten wollen, solltest du das berücksichtigen wollen und es bis zuletzt erklären können, dann schreib mir das bitte in die Kommentare. Ich denke so ab 10 Stück oder sowas lohnt sich dann auch der Aufwand dafür. Wie könnt ihr so richtig verkacken an drei prägnanten Beispielen? Erstes Beispiel, diese kleine Polizeigruppe innerhalb der EWTO, die hier bei der Gewerkschaft der Deutschen Polizei so ein Polizeitraining gemacht hat. Ich habe schon an anderer Stelle was zum Einsatz von Handschellen außerhalb der Fesselung gesagt. Das ist immer eine dumme Idee so, ne? Aber das hier schießt den Vogel wirklich ab. Die Handschellen kommen immer zu aller, allerletzt raus. Die sind spitz, die sind hart, ihr wollt nicht, dass die rumfliegen und wie gesagt, wenn ihr sie in der Hand haltet, dann tut dieser Arm im Schreckmoment nichts für euch. Die kommen genau dann raus, wenn das Gegenüber safe am Boden ist. Nicht zur Kontrolle, nicht zum Fesseln von eigenen Jabs und so, so ist so behindert, ne? Aber bitte darauf verzichten. Ja, der zweite ist so ein Urgestein. Ich hoffe, dem geht es gut soweit. Freddy Kleinschwärzer hier auf irgendeiner Messe den Selbstverteidigungsregenschirm und er benutzt ihn hier so ein bisschen irgendwie als Nahkampfwerkzeug. Verstehe ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Product Placement. Hier geht es um Verkauf, hier geht es nicht um Taktik. Aber bitte denkt in Szenarien. Jetzt habt ihr so einen Regenschirm in der Hand. Am besten noch, wie ihr es vormacht, in zwei Händen. Gleichzeitig müsst ihr ja reden mit eurem Gegenüber. Das heißt, das ist jetzt nicht anderthalb, zwei Meter auseinander und dann kommt ein großer Angriff und den könnt ihr ausweichen oder stechen und werdet jetzt super kreativ, eloquent. Zu den Themen habe ich auch schon was gesagt. Ihr habt diesen Schirm in ein oder zwei Händen und ob ihr es glaubt oder nicht, Rezipoker-Hemmung, in dem Moment, wo ihr euch erschreckt, weil ihr eben nicht zu 100% damit rechnet, dass dieser Stimulus genau jetzt kommt, werdet ihr euch erschrecken und dank des Regenschirms euch eben nicht verteidigen können. Alle Schutzreflexe funktionieren in dem Moment nicht mehr, außer vielleicht dem Lidschlussreflex und damit seht ihr das nicht mal kommen. Ja und das letzte mit so einem Doppelauftrag und einem kleinen Augenzwinkern Richtung Köln. Lee Morrison, ich weiß, ich hate den immer so ein bisschen, aber hier, wie gesagt, aus guten Gründen. Ihr kennt das von Boxern, wenn ihr gutes Training am Sandsack macht, dann macht ihr das immer aus einer Haltung, aus einem Rhythmisieren heraus. Das heißt, ihr nehmt ganz viele Kampfantribute schon im Vorfeld mit ins Training, damit ihr das auf keinen Fall euch angewöhnt, irgendwie doof vor einem Gegenüber zu stehen. Und hier wird genau das gemacht. Heißt, hier steht jemand mit einem Messer vor seinem Gegner, auch wenn das nur der Bob ist, und von jetzt auf gleich holt das raus und haut ihn um. Problem ist, wenn ihr das Messer so in der Vorhalte habt, dann gilt das eben genauso für den Rest auch. Wenn das jetzt ein reines Angriffssystem ist, ist es überdies vielleicht moralisch ein bisschen kritisierbar. Aber denkt dran, diese Sachen, die werdet ihr wahrscheinlich irgendwie rausziehen. Ihr müsst sie nicht improvisieren, ihr müsst sie vorhalten. Aber was so diese ganzen Mittel für euch tun können, das ist weit, weit überschätzt. Die Illusion, dass ihr mit einem Messer in der Hand vor einem steht und den dann einfach zerschlitzt, so das ist Fantasy Geist. Also wenn das aber Lifestyle ist, dann umarmt das auf jeden Fall. Prescht nach vorne und seid die Geilsten. Und ich hoffe und bete für euch, dass es dann nie dazu kommt, dass ihr das so einsetzen müsst. Und wenn, dass es dann doch entgegen aller Wissenschaft funktionieren kann. Leute, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann bitte lass ein Like da, abonnier den Kanal, teil das Video in allen Medien, gerade bei den Profis, unter Profis. Die Reziprogrammung ist so ein Ding, das haben die wenigstens wahrscheinlich schon mal gehört, aber es passiert eben dauernd. Man sieht das in so vielen Videos. Ich habe genug eingeblendet. Das Ding ist safe, das ist reine Wissenschaft. Konkurriert hier nicht mit eurem Inhalt. Das ist einfach nochmal so ein Zusatzding, an das ihr denken könnt, wenn ihr eure Taktiken abschleift. So, damit danke ich für deine Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal.